Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die Ligi App für den DJI Phantom und Inspire. In diesem Teil möchte ich einmal auf die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten der Ligi App eingehen, als auch darauf, was müssen wir in der Go App einstellen und welche erweiterten Einstellmöglichkeiten haben wir in der Ligi App. Da dieses Tutorial etwas umfangreicher werden wird, habe ich zu Beginn hier für euch ein Template erstellt, so dass wenn ihr direkt zu einem bestimmten Thema hüpfen wollt, dies auch einfach und schnell tun könnt. Viel Spaß beim Ansehen! Zu Beginn stellt sich also nun die Frage, welche Einstellungen gelten denn nun, die von der Go App oder die von der Ligi App? Ganz allgemein verhält es sich so, dass egal in welcher App Einstellungen vorgenommen werden, diese grundlegend auf dem Copter gespeichert werden und so lange gültig sind, bis sie erneut überschrieben werden. In meiner Praxis hat sich herausgestellt, dass bestimmte, insbesondere Grundfunktionen in der Go App vorzunehmen sind und dann die erweiterten Einstellungen in der Ligi App durchgeführt wurden. Überprüft aber bitte dennoch vor jedem Start und egal mit welcher App ihr arbeitet, noch einmal ganz kurz die Grundeinstellungen, wie zum Beispiel die Return to Home Höhe, damit hier nichts schief gehen kann und ihr einen sicheren Start habt. Betrachten wir also nun einmal alle Einstellungen in der Go App, die ihr unbedingt vornehmen solltet, bevor ihr mit der Ligi App arbeitet. Die maximale Flughöhe könnt ihr in beiden Apps einstellen. Allerdings das maximale Distanz Limit oder den Beginnermodus, den müsst ihr hier in der Go App einstellen. Gain Expo und Tuning müsst ihr in der Go App einstellen. Habt ihr aber hier eure Einstellungen gemacht und gespeichert, so werden diese auch beim Ausführen der Ligi App beibehalten. In der Go App schaltet ihr auch eure Advanced Settings bzw. den Multiple Flight Mode frei, also auch das Verhalten bei einem Signal Lost. Und auch bei den Fernsteuerungseinstellungen könnt ihr die RC-Kalibrierung auch nur in der Go App vornehmen. Mal abgesehen von der Critical and Low Battery Warning könnt ihr auch die erweiterten Infos zum Flugakku und die entsprechenden Vorstellungen ebenfalls nur in der Go App vornehmen. Soweit meine Empfehlungen zu den Voreinstellungen der Go App. Dies ist natürlich wieder nicht als abschließend zu betrachten, sondern soll euch jeweils einen kleinen Hinweis geben, was ihr zuerst in der Go App einstellen solltet, bevor ihr weitermacht mit der Ligi App. So kommen wir zu den Einstellungen in der Ligi App. Diese erreicht ihr durch drücken oben rechts das Zahnrädchen-Symbols. In den Einstellungen findet ihr in der allerersten Seite zunächst einmal eure aktuelle App-Version. Darunter sind die jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten in verschiedene Themengebiete aufgeteilt. Wollt ihr das Einstellungsmenü wieder verlassen, drückt einfach oben rechts das Kreuz. So, nun aber zurück zu den Einstellungen. Auf der Registerkarte Allgemein ist der erste Punkt Multicopter-Typ. Öffnet ihr hier das Dropdown-Feld, so seht ihr alle unterstützten Copter von Ligi. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass alle Copter, die hier nicht aufgeführt sind, auch nicht von Ligi unterstützt werden. Im nächsten Punkt könnt ihr zwischen imperialen und metrischen Einheiten wechseln. Wählt ihr imperiale Einheiten, so habt ihr unten die Höhen- und Entfernungsangabe in Feed, sowie das Tempo in Miles per Hour. Also Meilen pro Stunde. Ein Feed, also sprich ein Fuß, entspricht ca. 30 cm, während eine Meile ca. 1,6 km entsprechen. Bei uns in Europa bevorzuge ich dann doch aber lieber die Meterangaben. Bei den nächsten beiden Punkten könnt ihr zur Akkuladung noch zusätzlich die Akkuspannung anzeigen lassen und zu den Telemetriedaten zusätzlich noch die aktuellen GPS-Koordinaten. Ihr seht nun oben rechts unter der Flugakkuspannung in Prozent auch noch die aktuelle Voltzahl. Unten links werden die Telemetriedatenbezeichnungen abgekürzt und zusätzlich noch der Breitengrad und der Längengrad eingefügt. Um hier aber den vollen Längengrad einsehen zu können, müsst ihr das recht untere Vorschaubild minimieren. Ob es Sinn macht, sich hier die Breiten- und Längengrade einblenden zu lassen, um sie dann eventuell mit einem Stift abschreiben zu können, um auf ein anderes Gerät zu übertragen? Hm, gut, naja, liegt vielleicht im Auge des Betrachters. In der nächsten Zeile könnt ihr nun den Kartentyp wählen, also sprich die Standardansicht, die Satellitenansicht oder die Hybridansicht, wo in die Satellitenansicht hinein die Wege und Straßennamen mit zusätzlich aufgenommen werden. Ich persönlich präferiere diese Hybridansicht, da auf der einen Seite die ganz normalen Straßen und Wege etc. eingezeichnet sind, aber auch durch das Satellitenbild natürlich flugrelevante Hindernisse wie hier ein See, Bäume, Gebäude, Zugschienen, Flussverläufe, Hochspannungsleitungen etc. ersichtlich sind. Im nächsten Punkt könnt ihr den automatischen Kartenzum aktivieren, sprich fliegt ihr schneller mit eurem Copter, so zoomt die Karte ein Stück heraus, fliegt ihr wieder etwas langsamer, so zoomt die Karte automatisch wieder hinein. Ich persönlich halte das für ein sehr cooles Feature, daher habe ich das aktiviert. Im nächsten Punkt könnt ihr den Sicherheitsradius auf der Karte angeben, hier zum Beispiel 200 Meter. Der 200 Radiusmeter wird dann mit diesem hier sichtbaren roten Kreis um euch herum optisch angezeigt. Bitte seid euch bewusst, dass es hier um sich um eine rein optische Begrenzung handelt. Fliegt ihr an den Radiusrand hin, könnt ihr auch drüber hinaus fliegen. Es ist keine Begrenzung im Sinne von Geofencing. Wollt ihr eine absolute Entfernungsbeschränkung eintragen, so müsst ihr das in der Go-App machen, wie eingangs beschrieben. Im nächsten Punkt findet ihr die Finde-Meinen-Multicopter-Funktion. Tippt ihr diese an, so öffnet sich die Karte und zeigt euch mittig mit dem blauen Kreis die Position an, die Litchi als letztes wusste, wo sich euer Copter befindet. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn ihr mal einen Fly-Away habt oder abrupt die Connection zu eurem Copter abhalten. Und ihr diesen suchen müsst. Als kleiner Tipp, wollt ihr auch hier den Kartentyp anders haben, so geht einfach wieder in die Einstellungen zu Kartentyp, wechselt zu dem Kartentyp, den ihr haben wollt und führt erneut die Finde-Meine-Multicopter-Funktion aus. Dann könnt ihr auch so wie hier zum Beispiel anhand einer Satellitenkarte suchen. Ein zweiter Hinweis, dieser blaue Kreis, der hier angedeutet ist um den inneren Kreis, gibt an, wie hoch beim letzten SIG-Signal die Messvarianz des GPS war und gibt euch in etwa an, in welchem Radius ihr dann tatsächlich suchen müsst. In der Zeile alle Einstellungen zurücksetzen, könnt ihr, wie der Name schon sagt, alle Litchi-Einstellungen wieder auf Ausgangsposition, sprich auf Werkseinstellung zurücksetzen. Aber keine Angst, solltet ihr da einmal aus Versehen drauf kommen, so müsst ihr zur Durchführung dieses Vorvorgangs das extra bestätigen. Drückt ihr auf Hilfe, so werdet ihr automatisch mit der aktuellen Hilfe-Webpage von Litchi verbunden. Scrollt ihr hier etwas nach unten, so könnt ihr sogar eine deutsche PDF-Anleitung für den Fender 2 Vision Plus von Ingo runterladen. Seid ihr des Englischen ein wenig mächtig, so könnt ihr ein Stück weiter unten ein Thema auswählen. Dann wählt ihr euer Copter-Modell und es lädt euch die vollständige englische Beschreibung ein Stück weiter unten ein. Dies halte ich persönlich für sehr sinnvoll, denn hier sind immer alle aktuellen Beschreibungen für euch hinterlegt. Im letzten Punkt der Einstellungen könnt ihr nun die App-Sprache bzw. die Programmsprache wählen. Dies bitte nicht zu verwechseln mit der Registerkarte-Sprache. Dahinter verbirgt sich etwas anderes. In den Einstellungen unter der Registerkarte-Kamera ist der erste Punkt automatische Aufnahme. Dies veranlasst, wenn ihr eure Rotoren initialisiert, automatisch eine Aufnahme eines Videos. Stoppt ihr den Copter bzw. hören die Rotorblätter auf zu drehen, so wird die Aufnahme automatisch gestoppt. Aufnahme gestartet. Ich persönlich habe dieses Feature immer aktiviert, so kann ich nie vergessen auf die Aufnahmetaste zu drücken. Voraussetzung hierfür ist vielleicht eine ausreichend große SD-Karte in eurem Copter. Wollt ihr auch trotz automatisch gestarteter Aufnahme unterwegs möglicherweise ein paar Fotos schießen, so könnt ihr selbstverständlich auch während dem Flug einfach auf den Rekord-Button drücken, dann stoppt die Aufnahme, ihr könnt eure Fotos machen. Wollt ihr dann wieder ein Video weiterlaufen lassen, aktiviert ihr einfach wieder manuell das Video, solange bis ihr wieder gelandet seid. Wenn ihr dann die Rotoren deaktiviert, ist auch die Aufnahme wieder automatisch gestoppt. Kleiner Hinweis, auch in Autonomflügen funktioniert diese Funktion. Sprich, startet der Copter, aktiviert er das Video, kehrt er zu seinem Homepoint zurück, landet er, drosselt die Rotorblätter runter, dann stoppt er auch automatisch das zuvor gestartete Video. Im nächsten Punkt, Videoformat, könnt ihr wählen, in welchem Format grundlegend die in Leech erzeugten Videos auf der SD-Karte im Copter abgespeichert werden sollen. Ich persönlich bevorzuge das MP4-Format, das ist aber meines Erachtens Geschmackssache, ihr könnt genauso gut auch das MOV-Format wählen, mögen das die Video- und ETV-Spezialisten unter uns entscheiden. Die Kamerakontrollen sind standardgemäß aktiviert und im Live-Bild eingeblendet. Benötigt ihr dies nicht direkt im Live-Bild an der App, da ihr alles über die Fernsteuerung managt und steuert, sprich, Fotoaufnahmen macht, die Belichtungskompensation hoch und runter dreht oder Videos startet und stoppt. So könnt ihr hier dies entfernen und habt einen besseren, klareren Blick im Live-View. Gemäß dem Motto, weniger ist mehr. Im nächsten Punkt könnt ihr die Hilfslinien im Live-View aktivieren bzw. deaktivieren. Hier ohne Hilfslinien, dann mit Rasterhilfslinien und mit Rasterhilfslinien und diagonalen Linien. Ich persönlich bevorzuge diese Ansicht, da ich zum einen mit dem normalen Raster den goldenen Schnitt ganz geschickt machen kann. Wenn ich aber dennoch mal was anvisieren möchte, so sind die Diagonalen mit dem Kreuz in der Mitte nicht die schlechteste Wahl. Im nächsten Punkt, Vorschauqualität, könnt ihr einstellen, mit wie viel Megabytes pro Sekunde das Live-Bild auf eurem Handy dargestellt werden soll. Es wird empfohlen, die Vorschauqualität an die Leistungsstärke eures Handys anzupassen. Sprich, habt ihr ein eher weniger leistungsstarkes Handy, so nehmt ihr einen niedrigeren Wert, habt ihr ein leistungsstarkes Handy, so könnt ihr auch einen höheren Wert nehmen. Ich persönlich kann mit einem Galaxy S4 problemlos 10 Megabits auswählen. Umso höher natürlich der Wert, umso besser euer Live-Bild am Handy. Im nächsten Punkt, Videodecoder, könnt ihr wählen, ob euer Live-Bild via Hardware oder via Software oder auch via Hardware für Android mit 6.0 Geräten dekodiert werden soll. Standardgemäß ist hier Software eingestellt, da dieses jedes Handy kann. Ihr solltet aber, wenn möglich, und euer Handy die Sache unterstützt, Hardware wählen, da es dann einfach besser dekodiert werden kann. Wollt ihr den VR-Modus benutzen, so müsst ihr auf jeden Fall auf Hardware-Dekodierung umschalten können. Seid euch aber bewusst, dass nicht jedes Handy die Hardware-Dekodierung unterstützt. Solltet ihr mit einem Android 6.0 Probleme haben mit der Hardware-Dekodierung, so habt ihr hier ja die Möglichkeit, ganz speziell die Hardware Android 6.0 Unterstützung zu aktivieren. Dann sollte es auch klappen. Im Punkt Übertragungskanal habt ihr die Möglichkeit, manuell zwischen Kanal 0 und 31 einen speziellen Kanal für euch zu wählen. Oder ihr belasst es bei der Voreinstellung Auto. Das bedeutet, dass der Übertragungskanal jeweils immer automatisch gewählt wird von der Ligi App. Ich persönlich habe das auch immer auf Auto und hatte damit noch nie Probleme, sodass ich keinen besonderen Sinn aktuell hierin sehe, einen manuellen Kanal zu wählen. Im nächsten Punkt, duale Ausgabe HDMI, könnt ihr den HDMI-Port, wenn vorhanden an eurer Fernbedienung, zusätzlich zur Ausgabe an der App aktivieren. Dies benötigt ihr insbesondere dann, wenn ihr neben der App an die Fernsteuerung ein sekundares Ausgabegerät, z.B. eine FPV-Brille oder einen Rekorder anschließen möchtet. Benützt ihr aktuell kein sekundares Ausgabegerät oder habt ihr gar keinen HDMI-Ausgang, so ist diese Einstellung zu deaktivieren. Im letzten Punkt könnt ihr die im Copter befindliche SD-Karte über die Fernsteuerung bzw. über die App formatieren. Dies funktioniert auch dann, wenn der Copter bereits in der Luft ist. Bevor die Löschung aller sich auf der SD-Karte befindlichen Daten durchgeführt wird, müsst ihr dies separat bestätigen. Bei Einstellungen in der Registerkarte Multicopter ist der erste Punkt die Heimflughöhe, sprich die Höhe, auf die der Copter mindestens aufsteigt, wenn ihr die Return-to-Home-Funktion auslöst. Diese Höhe sollte logischerweise höher sein, als alle in eurem Fluggebiet sich befindlichen Objekte wie Bäume, Brücken, Stromleitungen, Häuser, etc. Im zweiten Punkt maximale Höhe könnt ihr die Höhe eintragen, die euer Copter nicht überschreiten soll. Sprich, egal was ihr tut, der Copter wird über dieses Höhenlimit nicht drüber hinausfliegen, da ihr euren Luftraum nach oben hin gedeckelt habt. Wollt ihr kein Höhenlimit haben, so habt ihr die Möglichkeit, die maximal per Firmware zulässige Höhe von 500 Metern hier einzutragen. Über die 500 Meter werdet ihr in keinem Fall kommen. Aktiviert ihr die Funktion Dynamischer Home-Punkt, so bleibt euer Home-Punkt nicht wie gewohnt gesetzt, an dem Punkt, wo der Copter gestartet ist, sondern bewegt sich permanent mit euch und orientiert sich dann an den Koordinaten, wo sich euer Handy bzw. ihr mit eurer Fernsteuerung aktuell befinden. Diese Koordinaten werden dann permanent im Copter geupdatet. Löstet dann also die Return-to-Home-Funktion aus, dann wird ihr genau an diesem Punkt zurückkommen, was die letzte Positionsübertragung zum Copter war. Dies ist natürlich dann besonders empfehlenswert, wenn ihr gerade mit der Follow-me-Funktion unterwegs seid. Oder auch so, wie man es ja vielleicht manchmal einmacht, den Copter vor euch herfliegen lässt und ihr mit diesem spazieren geht. Im nächsten Punkt könnt ihr die Kompass-Kalibrierung einleiten. Hierzu wählt ihr eine freie Fläche ohne Einfluss von Magnet oder Metall und dreht den Copter zunächst horizontal um die eigene Achse und anschließend vertikal um die eigene Achse. Da dies aber auch schon in vielen YouTube-Videos beschrieben wurde, möchte ich hier nicht näher drauf eingehen. Im nächsten Punkt könnt ihr grundlegend einstellen, ob Leechi eure Flüge protokollieren soll. Habt ihr diesen Schalter aktiviert, so könnt ihr eure Fluglogs im lokalen Speicher, im Gerätespeicher unter Leechi App im Verzeichnis Fluglogs als CSV-Dateien abrufen und mit einem geeigneten Tabellenprogramm auch einsehen. Alternativ oder zusätzlich könnt ihr euch auch bei der Internetseite healthydrones.com auch registrieren und dort einen Benutzertoken anfordern, welchen ihr hier im nächsten Feld dann eintragen könnt. Ob dieser Token mit eurem Healthy Drones Account auch korrekt funktioniert, könnt ihr mit der Taste Test ausprobieren. War der Test erfolgreich und euer Token ist gültig, so wird dieses hier entsprechend eingeblendet. Um eure Flugprotokolle zu synchronisieren mit Healthy Drones, habt ihr nun zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wählt automatische Synchronisation mit Healthy Drones und legt entsprechend den Schalter um oder ihr drückt zwar weiter unten auf den Button jetzt mit healthydrones.com synchronisieren. Ich persönlich habe die automatische Synchronisation gewählt, bedenkt aber, wenn ihr dies habt und einen Flug beendet habt, dann wird auch automatisch das Protokoll zu Healthy Drones transferiert und kann eventuell zu Lasten eurer mobilen Datenverbindung gehen. Wenn ihr das also nicht möchtet und immer nur zu Hause im WLAN die Synchronisation herstellen wollt, dann wäre euch eventuell zu empfehlen, dass ihr es permanent manuell synchronisiert. Neben der Reihenübertragung von Protokolldaten könnt ihr auch hier im nächsten Punkt die Synchronisation von Foto und Video vorschauen fahren lassen, die dann ebenfalls zu Healthy Drones übertragen werden. Wenn ihr keine Bedenken bei der Übertragung von euren privaten Bildern auf eine allgemeine Homepage habt, so könnt ihr umschalten von keine auf bis zu vier oder auch zehn Vorschaubilder. Bedenkt bitte hierbei, durch die Übermittlung dieser Bilder erhöht sich natürlich entsprechend das Datenübertragungsvolumen. Wenn die Datenübertragung zu Healthy Drones ordnungsgemäß funktioniert hat, dann könnt ihr eure Fluglogs unter dem Reiter My Logs entsprechend abrufen. Eure einzelnen Flüge könnt ihr hier am linken Rand chronologisch aufgelistet aufrufen. Hier könnt ihr dann eure getätigten Flüge in einer statistischen Vielzahl euch anschauen, abrufen und euch sämtliche Ergebnisse und protokollierte Daten auswerten lassen. Die Erklärung dieser würde aber hier deutlich den Rahmen sprengen. Weitere Informationen und die häufigst gestellten Fragen findet ihr unter healthydrones.com. So, nun aber zurück zu den Leechee-Einstellungen. Aktiviert ihr den Schalter automatischer Start, so habt ihr die Möglichkeit bei allen Autonomflügen, also bei Wegpunktmissionen, bei Follow-me-Sessions und beim Orbit, auch vom Boden aus diese zu initialisieren. Habt ihr diesen Schalter nicht aktiviert, so müsst ihr zum Start eines Autonomfluges euch bereits schon in der Luft befinden. Ich persönlich finde das ein cooles Feature, wie ihr auch in meinen anderen Erläuterungsvideos schon gesehen habt. Da habe ich zum Beispiel auch schon das ein oder das andere Mal den Autonomflug bereits am Boden automatisch den Copter initialisieren lassen. Bei den nächsten beiden Punkten, der minimal und maximal wählbaren Höhe, könnt ihr die minimale Autonomflughöhe und die maximale Autonomflughöhe einstellen. Bitte bedenkt, hierbei dreht es sich nur um den Autonomflug. Dies hat nichts mit einer allgemeinen, minimal oder allgemeinen Maximalhöhe zu tun, wie wir es zuvor schon hatten. Die Einstellung Maximale Positionsgenauigkeit bezieht sich ausschließlich auf den Follow-me-Modus. Der hier eingetragene Wert bezieht sich also darauf, wie ungenau maximal euer Handy sein darf, damit der Follow-me-Modus ordnungsgemäß ablaufen kann. Hat euer Handy also eine höhere Ungenauigkeit als 15 Meter, so werdet ihr den Follow-me-Modus nicht initialisieren können. Erhöht sich die Ungenauigkeit eures Handys während einer Follow-me-Session, so wird der Copter havern, so lange bis die Positionsungenauigkeit von 15 Metern erneut unterschritten ist und erst dann den Follow-me-Modus weiter fortfahren. Je nachdem, wie genau euer Handy die Position ermitteln kann oder vielleicht auch, wenn euch die exakte Follow-me-Position nicht ganz so wichtig ist, könnt ihr natürlich diesen Wert nach oben setzen. Andersrum natürlich auch, legt ihr auf eine hohe Akkuratität zwischen eurer Position und der relativen Copter-Position Wert, so könnt ihr natürlich auch diesen Wert weiter nach unten setzen. Bedenkt aber dann auch, entsprechend muss euer Handy exakt die Position wiedergeben können. Aktiviert ihr den Schalter bei Gimbal-FPF-Modus, so könnt ihr die Seitwärts-Ausgleichsbewegung eures Gimbal deaktivieren. Das heißt, wenn ihr dann eine Kurve fliegt, dann habt ihr auch eine Krängung im Live-Bild. Dies kann zur Intensivierung des Fluggefühls, insbesondere im Virtual Reality-Modus, beitragen. Kurze Anmerkung, es war mir persönlich leider noch nicht möglich, diesen Modus auch tatsächlich zu aktivieren. Sprich, unabhängig davon, ob dieser Punkt aktiviert oder deaktiviert war, konnte ich die Ausgleichsbewegung meines Gimbal-Bild nicht ausschalten. Als letzten Punkt haben wir die Gimbal-Gestensteuerung. Habt ihr diese aktiviert, so könnt ihr mit dem Finger auf dem Live-Bild von oben nach unten fahren und der Gimbal ändert seine Neigungswinkel. Bei den Einstellungen unter der Registerkarte Sprache könnt ihr im ersten Punkt grundsätzlich die Sprachausgabe aktivieren oder auch deaktivieren. Im Feld darunter könnt ihr das Rückmeldungsintervall angeben in Sekunden. In diesem Intervall werden dann alle Informationen, die hier mit Minus-Rückmeldung benannt sind und wo hinten der Schalter entsprechend aktiviert ist, wird die entsprechende Rückmeldung euch akustisch gegeben. Je nachdem, was ihr alles auf einmal aktiviert habt, hört sich eine solche Meldung in etwa so an. 0 Meter Höhe 0 Meter Entfernung 0 Kilometer pro Stunde 42% Akku Ob das einem gefällt oder nicht, bleibt jedem persönlich überlassen. Ich für meinen Teil habe die Informationen auf meinem Handy und habe daher im Regelfall diese Rückmeldungen alle deaktiviert. Anders verhält sich dieser Sachverhalt natürlich bei Warnungen. Sprich, wenn euer kritischer Flugakku-Stand unterschritten ist, die Funkverbindung zu eurem Kopter abgerissen ist und so weiter und so fort. Dann halte ich es natürlich persönlich für sehr sinnvoll, wenn dann zusätzlich eine akustische Warnung kommt und hier können wir bei Warnungsintervall dann einstellen, wenn der Tatbestand zum Beispiel einer abgerissenen Funkverbindung nach wie vor besteht, in welchem Sekundentakt das akustisch wiederholt werden soll. Zusätzlich können wir angeben, ab welchem Flugakku-Prozentsatz eine akustische Warnung ausgegeben werden soll. Hier ist standardgemäß 25% voreingestellt. Das halte ich persönlich für gut, weil dann bekomme ich beim Fliegen, auch wenn ich konzentriert bin, nochmal einen extra Hinweis, wo ich dann weiß, Okay, drei Viertel der Flugakku-Ladung sieht durch, ich sollte mich langsam um den Hainflug kümmern. Ähnlich verhält es sich, wenn eine gewisse Anzahl an Satelliten unterschritten wurde. Hier voreingestellt 6. Dann erhalte ich ebenfalls eine Warnung und muss mich möglicherweise darauf einstellen, dass der Kopter seine Position nicht mehr so exakt halten kann, da ihm einfach die entsprechenden Positionsangaben fehlen und ich mich auf einen manuellen Flug, eventuell sogar auf den Heimflug, zu konzentrieren habe. Bei den Einstellungen unter der Registerkarte Tasten haben wir die Möglichkeit, die Fernsteuerungstasten C1 und C2, die sich auf der Rückseite unserer Fernbedienung befinden, sprich C1 ist an unserer linken Hand auf der Rückseite, C2 ist an unserer rechten Hand auf der Rückseite der Fernbedienung, diese individuell pro Flugmodus zu setzen. Sprich, im Gegensatz zur Go-App, wo wir einmalig und auch unabhängig, in welchem Flugmodus wir uns befinden, diese Tasten mit individuellen Funktionen belegen können, haben wir hier in Leechi die Möglichkeit, tatsächlich für jeden einzelnen Flugmodus uns zu überlegen, was wäre denn geschickt, wenn wir bei dem und dem und dem Modus die Tasten C1 und C2 so oder so belegen würden. Auf der linken Spaltenseite seht ihr dann also immer untereinander C1 und C2 und dahinter der entsprechende Flugmodus. Hier, FPV, sprich First Person View, wäre der in Anführungszeichen normale Modus, welcher aktiviert ist, wenn ihr Leechi startet. Wollt ihr nun für diesen Modus eine individuelle Taste belegen, so tippt einfach rechts auf das Dropdown-Feld. Es öffnet sich dann entsprechend die verschiedenen Belegungsmöglichkeiten. Bei Karten-Video-Umschaltung könnt ihr dann mit dieser Taste umschalten zwischen der Vollscreen-Ansicht der Karte und dann natürlich die kleine minimierte Video-Ansicht oder ihr schaltet um zur Vollbild-Live-Bild-Ansicht und habt dann die Karte minimiert. Bei Gimbal zurücksetzen könnt ihr den Gimbal entweder in die horizontale oder in die vertikale Position mit einem Druck bringen. Die Funktion Gimbal neigen, schwenken ist nur beim Inspire verfügbar. Beim Phantom bleibt das außer Funktion. Ebenfalls könnt ihr die Curse-Log oder die Home-Log-Funktion auf diese Taste legen. Das würde euch in dem Fall dann ersparen, auf den Monitor zu tippen, wenn ihr den gewünschten Log haben möchtet. Im nächsten Punkt, wenn ihr diesen aktiviert habt, könnt ihr mit einem Tastendruck in den VR-Modus wechseln. In den nächsten beiden Punkten könnt ihr den Home-Punkt jeweils am Copter oder am Mobilgerät setzen. Das ist vielleicht insbesondere dann ganz geschickt, wenn ihr mit eurem Copter mittig auf eine Wiese fliegt und der Meinung seid, ihr habt hier einen guten Home-Point, dann drückt einfach diese Taste und dann ist sie entsprechend gesetzt. Andersrum auch am Mobilgerät natürlich denkbar. Bewegt ihr euch dynamisch im Feld mit eurem Copter und wollt den Home-Point an eurem Mobilgerät, sprich an dem Punkt, wo ihr aktuell seid, aktualisieren und updaten, so wählt diese Funktion. Bitte bedenkt dabei, um den Home-Point zu aktualisieren, muss der Copter in der Luft sein. Zu guter Letzt und auch grundlegend für jede Taste und in jedem Flugmodus verfügbar, könnt ihr diese Taste C1 oder C2 natürlich auch deaktivieren. Das ist vielleicht dann zu empfehlen, wenn ihr gar nicht mit diesen Tasten arbeitet, dann könnt ihr auch schon nicht durcheinander kommen, wenn ihr diese dann doch vielleicht aus Versehen einmal berührt und irgendeine Sache passiert, die ihr eigentlich gar nicht wollt. Ruft ihr bei GS, also Ground Station oder auch Wegpunkt Modus, die Möglichkeiten, so habt ihr hierfür dann individuelle Punkte, die ihr auswählen könnt, welche speziell auf den GS-Modus zugeschnitten sind. Aktiviert ihr Wegpunkt an der Copterposition, so wird automatisch an dieser Stelle ein Wegpunkt gesetzt, der dann auch die Höhe, die Drehrichtung des Copters und auch die Gimbalneigung mit berücksichtigt. Hierdurch könnt ihr natürlich euren kompletten Wegpunktflug, sprich euer Gelände entsprechend abfliegen, setzt, wenn der Copter genau an der Stelle ist, wo ihr einen Wegpunkt haben wollt, mit dieser Taste eure Wegpunkte und könnt die dann natürlich später wieder abfliegen. Dadurch erspart ihr euch natürlich die Rumtipperei auf dem Display, sprich der klassische Weg, wie ihr eigentlich sonst einen Wegpunktflug programmieren würdet. Alternativ könnt ihr natürlich auch mit eurem Mobilgerät, sprich mit eurer Fernsteuerung über das entsprechende Gelände laufen, an den Positionen, wo ihr Wegpunkte gesetzt haben wollt. Drückt ihr dann einfach entsprechend die Taste und könnt so euren Flugplan erstellen. Gleiches gilt auch beim Setzen von Point of Interest, sprich ihr habt auch hier die Möglichkeit, den Copter an eine Position zu bewegen, die ihr als Point of Interest deklarieren wollt, oder ihr geht mit eurem Mobilgerät an irgendeine Stelle, welche ihr als Point of Interest deklarieren möchtet. Diese Funktion kann eventuell dann interessant sein, wenn ihr den von euch gewünschten Point of Interest auf der Karte nicht so exakt definieren könnt, wie ihr gern wollt. Dann begebt euch zu Fuß oder eben mit dem Copter an die gewünschte Stelle hin und setzt diesen Punkt völlig unabhängig, was euch Google Maps an dieser Stelle anzeigt. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, eine Taste zu definieren, welche jeglichen Autonomflug bei Betätigen pausiert. Betätigt ihr erneut diese Taste, so wird der Autonomflug fortgesetzt. Beim Folgenmodus könnt ihr mit der definierten Taste Folgen von Copterposition umschalten zwischen der voreingestellten Copterausrichtung und dem Copterfolgenmodus. An diesem Punkt könnt ihr anstatt einer manuell eingegebenen definierten Gradzahl den Copter drehen, so wie ihr wünscht, und bei Betätigen des Schalters wird dann die Gradzahl des Objektversatzes am Copter entsprechend gesetzt. Habt ihr im Orbit-Modus bereits einen Mittelpunkt gesetzt, so könnt ihr von dem Mittelpunkt mit eurem Copter euch entfernen, entsprechend auch die Höhe bestimmen, drückt ihr dann die Taste Orbit am Copter, so wird dann entsprechend automatisch der Radius und die Höhe gesetzt. Wenn ihr euch nun weiter durchklickt in die Einstellungen für den Fokus oder auch für den Pano-Modus, so werdet ihr sehen, hier gibt es keine neuen speziellen Funktionsmöglichkeiten, welche wir hier jetzt nicht schon aufgeführt hätten. In den beiden letzten Zeilen könnt ihr C1 und C2 doppelt durch langen Druck belegen. Hierfür wählt ihr entsprechend eine beliebige Funktion der Tasten aus. Hierzu eine kleine Anmerkung, die Funktionsweise des langen Drucks ist modusübergreifend. Sprich egal in welchem Modus ihr euch aktuell befindet, wenn ihr eine der beiden Tasten lang drückt, so wird dann auch immer die Funktion, die ihr hinterlegt habt, entsprechend ausgeführt. Vielleicht als kleinen Tipp, ich habe mir hier den Home-Lock-Modus draufgelegt, sodass, falls ich tatsächlich mal ein bisschen durcheinander komme, auch mit der Drehung und Ausrichtung meines Copters im Sichtflug, dann weiß ich ganz genau, wenn ich die C1 lange drücke, schalte ich automatisch in den Home-Lock-Modus und habe es dann natürlich leichter, den Copter wieder nach Hause zu bringen. Auf langes Drücken C2 habe ich mir den Virtual-Reality-Modus gelegt, sodass, wenn ich zum Beispiel einmal die Virtual-Reality-Brille komplett zusammenbaue und das Handy einfach schon in der Brille drin ist und ich nicht das extra nochmal aufmachen möchte, um umzuschalten, so weiß ich, drücke ich einfach lange C2, dann schaltet er automatisch in den Virtual-Reality-Modus. So, das war es soweit zu den Tastenbelegungsmöglichkeiten. Ich persönlich, mir ist auch noch aufgefallen, wenn man so viele verschiedenartige belegte Tasten hat in verschiedenen Modi, naja, man kommt vielleicht auch gerne einmal etwas durcheinander. Ich habe die Sache daher so gemacht, ich habe einfach in jedem Modus die Tastenbelegung gleich eingestellt und komme somit auch ganz gut klar. So, dann sind wir am Ende meines bisher tatsächlich längsten Videos. Ich hoffe, ich konnte euch auch dieses Mal wieder die Sachverhalte so gut als möglich erklären. Ich habe mir zumindest redlich Mühe gegeben und auch keine Zeit und keinen Aufwand gescheut und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und Fliegen.